Diese Bäume sehen so toll aus. Sie sehen aus wie so ein ganz großes Dach. Ganz toll. Da ist wieder eine Villa dahinter, aber die Bäume sind so schön. Hier sind überall die privaten Villen. Und ganz toll. Dann nochmal hier das Meer. Hier kann man stundenlang am Meer vorbeifazieren. Von Mabea nach Puerto Doniz kann man richtig gut spazieren. Und die Jacht kommt immer mehr. Boah, ich will das mal. Ich kann ja stundenlang spazieren. Und der Mond begleitet uns. Ja. 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 Ja.